Und dann hat er uns noch abgezogen. Ich hab's gefallen. So, ihr Lieben. Varanasi mal wieder. Wir gehen jetzt erstmal was essen. Ist das schon zu? Sehen wir uns die Zeremonie an. Ja, das scheint so zu sein. Hey, beim ersten Mal. Wir hatten hier nämlich Schwierigkeiten, die Tür für mich zuzukriegen. Ne? Das verliefert. Soll ich rein gehen? Okay, Leute. Auf geht's. Ja, es geht wieder los. Geil, Leute. Ice Cream. Oh, ja. Hier gehen wir wieder essen. Hier waren wir gestern auf. The most of the food is spicy. Das ist unser hier. Wie ist? Lecker. Wie heißt das nochmal? Alutikichap. Schmeckt wirklich geil. Als ötisches Essen vegetarisch. Ja. Du musst ja auch jeden Tag probieren. Definitiv. Das ist ne Geschmacksbombe. Also hier hast du alles. Süß, sauer, bisschen scharf, alles. Und es schmeckt irgendwie mega, mega, mega gut. Ja. Jetzt gibt es Dahi Puri und Panipuri. Ja. Witzig, ne? Und das ist Dahi Puri für mich. Das kriegen wir auf Basketchat. Kartoffeln, glaube ich. Und Linsen. Das sieht aus wie Käse. Eindeutig. Geschmacksbombe. Ja. Hier, ich hab's aufgegessen gerade. Und das ist ein Teller aus Blättern zusammen gemacht. Richtig, richtig cool. Richtig cool, ja. Sieht wirklich Hammer aus. Ja, von unten aus sieht man das. Einfallsreich die Inde ab. Zieht euch mal rein, wie viele Wespen da sind. Was ab? Alter. Ich hau hier lieber ab. Juhuhu. So, wie kommt der erste durch? So krass. Hallo. So, liebe Leute, jetzt gehen wir zur Zeremonie. Durch das Chaos hindurch. Es scheint hier ja noch nicht ganz so voll. Voll als... Noch ruhiger. Noch ruhiger, ja. Es hieß, dass hier eigentlich viele Leute da hingehen. Das heißt, es muss voll werden. Mal schauen. Ja, ist noch nicht die Zeit. Ja. Aber hier, gleich neben mir ist Gaylord Ice Cream. Gaylord... Gaylord Ice Cream. So. Vielleicht gibt's da einfach Musik, das ist ganz gut. Ja, wir sind ganz gespannt. Wir wissen gar nicht, was da auf uns dazukommt. So, hier wird das sehr ärmlich und... Aber sehr gläufig. Sehr... Oh, das ist eine Hochzeit hier. Ah, das ist eine Hochzeit hier. Da geht es schon zu Gange. Da spielt sich schon was ab, Leute. Und jetzt kommt der Weg. Da ist wirklich gleich gleich. Und das ist auch noch ein Baby. So, jetzt wird der Kari, duschtig liebt. Ob das am sonst ist. Ah, Juroviga sagt er, der ist Meister, der ist Lehrer oder sowas. Also man wird hier auch schwer wieder los, wenn sie angefangen ein Roll zu bluffen haben. Und wie war's? Ja, komisch, ne? Was wollte er bei dir? Er wollte mir eine Massage verkaufen. Ach, doch verkaufen. Oh, das ist aber günstig. So, da hinten ist jetzt alles voll, da baden sie alle. Hier, im Ganges. In dieses Wasser werden Leichen hineingeworfen, Tag ein, Tag aus. Wollen die ihn untertauchen? Ich weiß nicht, was sie machen. Schaut mal Leute, da hinten links ein Kamel. Da reitet einen auf dem Kamel. Da reitet einen auf dem Kamel. Ich will wieder mit uns ein Foto machen. Hi. Tschüss. Und da ist unser... Schütze. Hier, hier. Unsere Nandi. Ja. Die hat dich angemalt. Hallo. Das malt der Katja an. Jetzt will er Spende haben. Bestimmt. Und dann hat er uns auch abgezogen. Das sind wir ja klar. Voll richtig, ey. Einfach so. Ja, jetzt sind wir wirklich zu hintermotiert. Jetzt dürfen wir wohl auf jeden Fall hier Teilnehmer in der Zeremonie. Ja. Das war ein abgekaspertes Spiel. Ja. Er kam einfach mit dem Finger und... Unum zu tragen. Einfach drauf losgeballt. Einfach drauf losgeballt. Na ja. Wir sind gespannt, was jetzt hier gleich passiert. Incredible India. Und da hinten sitzt eigentlich ein Jungen hier. Ja. Ich drehe mal die Kamera um. Ja. Der Spiegel hat der gute Herr parat. Schaut mal, wie er sich begutachtet. Oh, da ist was verkehrt. No Flutes. No Flutes, thank you. Ich flöten bin auch da. Das ist noch mehr Jogi. Schaut mal. 3. 400? Meinen hat es doch zehn gesagt. Okay, aber nicht. Schau mal, die füttern die. Schau mal, die anderen sind komplett bei mir. ... ... ... ... Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. 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 So, das war's langsam, liebe Leute. Die düsen alle ab. Die düsen jetzt ab. Das ist so krass hier. Ja. No. Nein! Untertitelung des ZDF, 2020